Uiuiuiuiui, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und hallo, moin Clan Leader, meldet sich zurück und so und ja, mir bin ich auf jeden Fall und heute hab ich mal gedacht, erzähl ich euch mal was. Ich war gerade bei Amazon, hab mir die Elgato für 160 Euro besorgt, mit dem kannst du Spielaufnahmen machen und da kam ich zum Singen, mal runtergeladen, ja, kommt in 2-3 Tagen, aber trotzdem, erst Ende April oder vielleicht ein bisschen früher, wird dann auf diesem Kanal der Junge Zocker Videos in HD PVR Box Qualität stattfinden und ich denke einfach, das muss ich einfach nochmal anwählen, erwähnen und als kleines Gastgeschenk für die Leute, die mir abonniert haben und in meiner Liste sind, schenke ich doch einfach ein kleines Video euch hier. Vielleicht erkennt sich hier jemand im Video wieder, wäre natürlich nett und hoffe, ihr könnt, erkennt euch und wenn ja, dann wäre das schön. Leute, Leute, wir sind ja bei Elite angemeldet und hab jetzt schon ein paar Leute drin, zum Beispiel den Johnny und ja, jetzt werden wir einfach mal schauen, wie sich das alles entwickelt, auch wenn wir noch keine PVR Box haben, werden wir trotzdem weiter loslegen und werde euch Real-Life Videos zeigen in der Zeit, das heißt, ich würde jeden Tag oder wenn ich es mal nicht schaffe, jeden zweiten Tag, ein Video hochladen auf die Plattform, wo ich einfach mal mein Leben zeige, so wie ein Zocker lebt, alles mögliche werde ich teilen, man, auch die verrücktesten, skurrilsten Sachen werden dann hochgeladen, ihr könnt gespannt sein, vielleicht wird auch ein Real-Life Video mal dabei sein, aber ich denke eher, das werde ich mit Facecam machen, wenn ich dann den Laptop so Ende April habe. Elgato ist ja schon bestellt bei Amazon und das war's, Leute, ja, zoomen wir mal nach oben, lasst mich gucken, ich habe immer so eine komische Schnappart, tut mir leid. So, Leute, wir sind ONR, würde ich sagen und wir sehen uns und ich bedanke mich beim Zusehen für alle MoinKlan-Mitglieder, alle Zuschauer, auch wenn Leute nicht aus der Gamer-Branche jetzt zusehen, ich wünsche dir ja trotzdem einen guten Abend, einen guten Tag, einen guten Morgen und hau rein, auf jeden Fall du auch und ja, kannst dir gerne beitreten im MoinKlan hier, einfach ein Abo da lassen, darf es kein Rassist sein, weil ich möchte ein Zeichen gegen Rassismus setzen, auch wenn es nur ein kleines Zeichen ist, haut rein, euer YouTube Gamescom, wir sehen uns im nächsten Video und es wird morgen sein, ciao, oder ein Abend, oder in einer Stunde, oder in fünf Minuten, oder eine Sekunde, keine Ahnung, wollen wir mal gucken, ciao.